Glaubst du, ich seh dich nicht, oder was? Was? Ich will dich doch gar nicht abknallen. Ne, nicht du! Jetzt komm da weg, sonst schieße ich noch aus Versehen in den Heli. Bleib stehen, sonst schieße ich dir in die Beine. Ne, von Heike weg! Muss ich dir jetzt echt noch die Beine brechen? So, das war doch Bein gebrochen hier. Achso, jetzt kann es nicht mehr laufen. Naja, dann... Keine Munition, Sekunde. Der Plan hat funktioniert. Huch, wo ist er hin? Ähm, Heike, guck mal kurz bitte das Logo hinten auf meinem Rücken drauf. Also hab ich da perverse Assoziationen, oder... sind die, äh, sind die Liebe am Machen. Das sieht so aus, ja. Ja, bleib stehen, du Freggel. Ich hab keine Lust, das zwei Stunden lang zu machen. Oh, ich bin Bandit, ich bin Bandit. Ja! Ach, guck mal, wie süß ich aussehe. Genau, jetzt muss ich ja einmal die Mein-Blut-Methode machen. Und er hat ja erzählt von dem schönen, von dem schönen Ausblick. Ja. Ja, 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 ja. Und er guckt immer noch. Ranzoom, rauszoom, ooooh. Na? Ja. Denn bei, bei Daisy's Zelle ist so... Nein, fliegt's gar nicht aus. Guck mal in Afkar-Channel. Ich erschieße mal kurz den Martin. Ja, dann stell dich wenigstens noch zu den anderen Kreuzen. Ja, warte. Warte mal einen Augenblick. Ging ich mal hin. Willst du mir wieder einen Ausschnitt gucken? Willst du mir wieder einen Ausschnitt gucken? Willst du mir wieder einen Ausschnitt gucken? Und es wird weiter auf dem White-List-Server geboostet. Bam. Dann komm mal näher an den Baum ran. Und dann sagst du Holz sammeln. Und dann kannst du von deinem Inventar direkt ins Fahrzeug umladen. Ohne Groß-Hack-Man. Ach, nett. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Selbiges geht auch beim Steingesatz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht nicht gesund aus. Oh Gott. Was denn? Die, äh, meine Finger, die ans Lenkrad greifen. Das sieht irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Das sollte sich mal ein Arzt angucken. Ich baue das erste Fundament. Gucken wir mal, ob es irgendwie funktioniert. Ja. Ja, da liegt die Bodenplatte. Sieht doch gut aus. Ja, und das muss jetzt erstmal ein Server-Restart-Fest werden. Ja. Kann ich denn hier noch so Fußabdrücke reinmachen? Ja, okay. Herzlich willkommen, liebes YouTube-Pack auf DayZ-Zelle. Das erste, was mir auffällt, ist, hier stehen Bäume unter Wasser. Finde ich immer gut. Ja, ein schöner deutscher Nadelwald. Oh, da haben wir ja schon das erste schöne Ortsschild. Wo sind wir denn? In Wienhausen, Landkreis Zelle. Du bist ja gar nicht so weit weg von uns. Das ist der typisch deutsche Assi-Zombie. Mit Jogginghose. Oh, schönes Geräusch. Oh, ein neues Gebäude. Das typisch deutsche Backsteinhaus. Hässlich. Reihenhäuser. Süß. Funktioniert das ja auch mit dem Sandkasten. Du weißt es nicht. Ja, es funktioniert. Oh Gott. Was ist denn mit dem Sandkasten? Oh Gott, der Sandkasten ist explodiert. Ich bin ohnmächtig. Ich hab Knochen gebrochen und blute. Ja, wir haben kein Morphium. Scheiße. Hier steht ein Fahrrad übrigens. Ja. Scheiße. Aber du kannst mit dem Fahrrad fahren dann. Oder du fährst mit mir. Ich weiß nicht. Mir egal. Erstmal hinten drauf. Sehr gut, Mate. Sehr gut. Da stand einmal ein Motorrad. Ich mach mal eben, Alt-E4. Keine Lust zu verbluten. Und der erste tot. Weil ich auf den Scheiß-Sat-Kasten geballert hab. Ich mache keinen Hehl darum. Ich bin in kleinen Hehlen. Da kann Erik ja gleich mit dem Fahrrad fahren. Ja, dann gehst du ja auf dem Fluss. Was geht? Garagen kann man auf und zu machen. Steht nur leider kein Auto drin. Verstand. Ich muss aber sagen, im Gegensatz zu den anderen Maps, die wir schon mal gespielt haben, finde ich so, ich finde das eigentlich ganz nett gemacht. Ja, es ist ganz süß. Mit dem ganzen Kram, was hier so rumliegt. Und neue Häuserchen dazu. Ach, hier hängt jemand. Ach, das bist du. Hallo. Ach, hier hängt jemand. Ach, das bist du. Ja, nee, nicht der, aber. Was gibt es denn hier Schönes? Ein Heli. Ja, tut er. Neue Klamotten. Wie sehen wir aus? Oh. Boah, jetzt siehst du scheiße aus. Ja, gib ich dir recht. Ja, echt. Echt. So was darf man nicht wieder gehen lassen. Wir machen das übrigens lustig. Bring mir mal ein Bier und ein Eis. Nein, Grise meinte, hat Maid gerade durch Arschlochverhalten Eis und Bier bekommen. So, hier kann man auch schön die Türchen aufmachen. Na, wie ging's? Ich such schon seit 5 Minuten und ich hab noch kein Auto gefunden. Nein, ich dachte... Nein, oder? Wie hast du das jetzt hinbekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz normal geflogen. Ey, ohne Spaß jetzt. Ist da jemand abgestürzt? Ha ha. Ja, bring mir auch 2 Bier und 2 Eis mit. Krieg 80 Meter in die Luft und fall runter im Tod. Ja, wer das mit dem Gehen nicht hinbekommt, der sollte es lieber sein lassen. Kannst du nur noch auf das Gehen umsteigen? Ja, das glaube ich. Nee, 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 hier kommst du nicht lang. Okay, hier kommst du nicht lang. Was? Was? Doch, hast du ihn gekillt. Ja. Hab ihn ja auch. Der hat gar nicht die Treppe hochgeguckt, dieser Hund. Unterwasser looten. Muss ich jetzt wirklich wissen, wo in der Realität Zelle liegt? Ja. Wozu? Ah, ich komm doch schon zurück. Brauchte sie nie wegen mir alle aussteigen. Ja, wir sind aber schon beim Flughafen. Aber dieses Vehikel können wir auch nicht in der Third-Person fliegen. Brauchst du springen oder was? Mir liegt ein blauer Punkt. Achso, dass die leuchten nachts. Ah, okay. Ja, aber dann fix die Tür auf. Ja, warte mal. Kann ich mitspielen oder hasst ihr mich? Ja, wir hassen dich, aber du darfst trotzdem mitspielen. Nein, dafür will ich nicht. Aufzug. Aufzug fahren. Nein, ihr könnt nicht Aufzug fahren, ihr könnt nur die Leiter da hochklettern. Was für eine Leiter? Äh, im Aufzugsschacht. Hier ist zwar keine Leiter, es geht aber trotzdem. Oh Gott, Zombie. Ach, das ist ja wohl ein Witz. Ich glaube ich. Sesam, öffne dich. Ach da, in der Mitte. Ja, nicht drin. Leeroy Jenkins. Ha, siehst du? Ich stehe auf dem Heli. Oh mein Gott, kann ich einsteigen? Ja, ich kann einsteigen. Nein, bleib doch oben drauf, wir fliegen mal los. Mal gucken, was wir tun. Der Heli wird explodieren. Erik. Servus. Ja, hab ich gleich den ganzen Server gegen mich. Natürlich. Okay, also, Erik besorgt gleich einen neuen Heli. Oh, der Heli startet. Och, da ist der Wichser, da ist der Wichser. Dann schießen sie. Komm, stirb. Das ist noch einer, das ist noch einer im Treppenhaus. Ich werde getroffen, alter, flieg weg. Wieso viel schießen, hast du noch... Ich hab jetzt gar keine Muni mehr. Da ist wieder einer am Weinen. Oh, tut ihm er leid. Ach, hier ist der Brutto. Okay. Und mich frau Binge. Und das ist der Kenny-Markt. Ja, geil. Autobahn. Joa. Also, da finde ich die bei Origins, die Autobahn, besser. Die ist Autobahniger. Ja. Das stimmt, ja, die ist wirklich Autobahniger. Und das ist dann erstens die Bündnisstraße hier. Ah, nee. Schlafen auf der Autobahn, wo heute keine Autos fahren. Ich mag Züge. Gut, dann, Martin. Zähl bis drei und auf drei wird geschossen. Oh, nee. Ich bin zurück bei Day-Z. Wieder ganz normal, Shenarus. Und, ja, ich hab endlich nen scheiß Baseballschläger gefunden, der sich komplett gebackt hat. Sieht cool aus, kann man bestimmt lustigen Kack mitmachen. Das Problem ist nur, ich glaub, der macht noch weniger Schaden als die Crowbar oder genauso viel. Naja, das von meiner Seite ist gleich. Was geht denn jetzt? Andi Gunner, Andi Gunner. Da steht, der steht auf dem Dach, da. Ja, dreh, dreh, dreh. Andi Gunner. Ja, 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 noch, noch ein bisschen. Ja, der ist tot. Oh Gott, ja, der hängt ja auch gut. Wie geil, der ist da in der Wand drin und kommt nicht raus. Ist der Typ ein Genie? Das funktioniert. Hier auf den, äh, beim Bahnhof, auf diesen verrosteten Erhebungen zum Ausladen, da können die Zombies einen auch nicht angreifen. Aha. Das ist vom Ausladen, mein Gott geht. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.